Heyo Leute, herzlich willkommen zu Shellshock Live, mein Gegner ist der Balooie und ich werde jetzt zerstört. Mal gucken, du bist ja auch schon Level 32, meine Güte, also ich hab's ja im Stream viel gespielt, aber... Ja, aber weißt du, zwischendrin mach ich immer so lange Pause, dass ich... Was du nicht mehr weißt, wie's funktioniert, ja. Was heißt, da brauche ich wieder ewig, um reinzukommen, so in etwa? Ja, das tut mir leid für dich, ein bisschen. Vielleicht aber auch nicht so. Ich will ja schließlich gewinnen. Versuchen wir's mal so. Oh, 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 der ist scheiße, der ist... Oh, oder? Ah, es geht. Könnte besser, schlechter sein. Hat dein Schnauzen. Oh, Feuerio war das, Basti, das war Feuerio. Nein! Ja, nein, 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 nein. Ah, schön. Kuck mal, sag mal, kennst du eigentlich diese Frösche? Jawohl. Ja, kenn ich. Nein, du hast da meinen Schutz. Nein! Ey! Das scheint denen aber egal zu sein. Wie geil ist denn das, bitteschön? Die waren da trotzdem Schaden. Es tut mir so leid für dich. Ein bisschen. Ja! Oh nein, bitte. Ja, das war ein richtig geiler Shot. Wie kannst du denn nur so viel Glück jetzt haben? Was war daran Glück? Ja, du weißt genau, was daran Glück war. Nix. Ach, komm schon, da komm ich doch jetzt wieder nicht mehr raus. Du Arschmann. Oh oh. Jawohl. Oh oh. Nicht jawohl. Ah, okay. Ja. Aber es war auch nicht gut. Meine Nerven, Basti. Äh, äh, äh. Och, ich hasse dich. Fuck. Och, scheiße, Mann. Und es ist noch tiefer. Ja, ja, ja. Ich hoffe, das trifft. Ja, das sollte treffen. Nein. Och, ich dachte schon. Ehrlich. Ich bin ausgerastet. Wenn das nicht getroffen hätte. Kapu. Was ist das? Das kenne ich noch nicht. Hä? Eine Wasserbombe. Oh, okay. Nein. Ohne Witz. Ich dachte, die ploppt da ab und fällt einfach rein. Bitteschön, Basti. Komm damit, klar. Oh, dann macht das nur 35 Schaden, Mann. Das ist einfach nicht okay. Okay, Autsch. Okay, das ist halb. Alter. Das ist relativ scheiße. Basti, es tut mir jetzt sehr leid, was du jetzt abkriegst. Mit Double Damage. Es ist so leckerlich. Weißt du, wer anderen eine Grube gräbt, braucht ein Grubengrabgerät. Komm, bitte fliege alles zurück. Irgendwas, bitte. Ich treffe dich halt nicht mal. Oh Gott. Das wäre so geil gewesen. Aber guck mal, ich habe das auch. Ein bisschen anders. Kommt davon überhaupt irgendwas an? Oh, oh, ey, Alter. Oh, war das schlecht. Oh, war das schlecht von mir. Tut mir leid. Ich wollte dich besser vernichten. Ich habe halt auch nichts Gescheites mehr. Na, die kenne ich. Aber der Pinger ist... Ja. Jawohl. Hast du einen Penetrator gekriegt. Ja, einmal getroffen. Ja. Aber der Backroller sollte jetzt treffen. Blub, Wutz. Oh Mann. Aber ich habe halt auch nichts Gescheites mehr. Was macht der Penetrator nochmal? Das kann ich dir nicht sagen. Habt ihr noch nie benutzt? Ich bin sehr gespannt. Wow. Ja. Au. Nicht wow. Also, au statt wow. Ich habe nichts, was dir... Nochmal. Guck mal, da kriege ich... Oh, der geht zu weit. Der geht, oder? Nee, ist nicht geil. Der ist total scheiße. Und der macht halt auch nur Schrottschaden. Mann, es wird Zeit für neue Waffen. Ja, übel, gell? Ey, ich glaube es nicht. Ernsthaft? Ja. Ernsthaft? Ja. Nein. Also, ich habe schon viel erlebt, aber nicht, dass einer so oft trifft. Der ist nicht schlecht gewesen, Basti. Mal gucken, der fliegt ja übrigens ein bisschen besser. Ah, das ist okay. Aber die machen halt auch nicht viel Schaden, die Dinger. Guck mal, die machen zehn Schaden. Das ist einfach nur witzlos. Neue Waffen! Alter. Herbert, wieso gibt es denn noch keine neuen Waffen? Ich habe noch fünf. Aber wie viele gibt es neue? Weiß ich nicht. Aber ich habe auf jeden Fall nur Schrottwaffen. Das sieht mir nicht so... Nein! Oh Gott, war das knapp. Oh, es hätte dich treffen müssen. Jetzt neue Waffen. Dankeschön. Das Problem ist, Basti, ich weiß noch nicht so genau, wie ich dich da hinten treffen soll. Gucken, ob die Snake da hinkommt. Nein, du behinderte Snake, Alter. Du hast natürlich jetzt gar nichts mehr, was dich daran hindert. Fuck. Nein! Nein! Nein, oh Mann! Ich will so ein Nachmacher, ehrlich. Ja gut, wenn du es mir dann so einfach machst, dann... Ja, es ist vorbei. Na, 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 na. Ja, yes! Sehr nice. Wie viel hat er noch? 30, das reicht noch nicht. Könnte ich mit dem Deadweight einfach töten, aber das reicht halt so noch nicht. Au, 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 au. Verdammt! Es hätte schlimmer sein können. Ja! Und Boots. Oh, jetzt Boots, Boots, Boots. Mann! Ach, ich habe gewonnen. Hör mal, das ist schön, gegen die spiele ich gerne, Basti. Mit viel Glück. Was war da ein Glück? Weil ich Kackwaffen hatte. Ich hatte auch Kackwaffen. Die Waffen, die gut waren, die haben getroffen. So kann man es natürlich auch auslegen. Ja, das ist halt so, ne? Nicht weinen, einfach weiterkämpfen. Aber wenigstens fassst du mal in einem Loch. Ja, richtig. Das war auch ziemlich gut getroffen. Oh Gott. So, mein kleiner Freund, mit was fangen wir denn mal an? Ja, hallo. Könntest du bitte da drunter bleiben? Äh, da wegbleiben? Äh, da treffe ich dich doch nie. Egal, was ich jetzt mache, treffe ich dich nicht. Hast du Glück gehabt, dass das Ding dich schützt? Hahaha. Kann nichts machen. Kann man irgendwie überspringen? Nein. Sonst setzt sich keine Waffe an und warte, bis mein Turn vorbei ist. Das kann man? Ja. Das wäre aber ganz schön unfair. Warum? Als ob ich jetzt hier drin was einsäufe. Ich hoffe, er schießt einfach automatisch, wenn die Zeit abgelaufen ist. Macht er nichts. Das ist voll traurig. Basti ist ein Feigling. Basti ist ein Feigling. Feigling, Feigling. Fünf, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Putz. So, du bist dran. Ach, dass der echt nicht schießt, ne? Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ja, was hätte ich machen sollen, meine Fresse? Ja, bitte schön. Los, springt auf ihn. Nein, nicht da unten rumhüpfen. Hallo, der ist da oben. Na gut. Das war schon mal ganz gut für den Anfang. Nein, das war zu weit. Tschüss, Kaktus. Tschüss. Bin mal wiedersehen. Und der ist, ach nein, der ist nicht gut. Aber er trifft wenigstens dreimal. Dreimal. Für die Waffe ist das ziemlich gut. Ich habe einen Bumerang. Hast du den schon mal eingesetzt? Ja. Wie funktioniert der? Nein, 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 nein. So knapp daneben. So knapp daneben. So knapp daneben. Verdammt. Basti, bist du ein böser Mensch? Nein. Nein. Ja. Puh. Okay, warte, dann kann ich jetzt irgendeine Scheißwaffe loswerden. Ähm. Ähm. Hier. Blablabla. Boing, boing. Ey. Wer, der trifft jetzt noch. Er hat noch getrunken. Alter! Alter! Wie gut war denn das mit... Oh, oh. Das war gut. Warum macht die 40 Schaden? Seit wann das? Weil ich gut bin, Mann. Nein. Eigentlich nicht. Junge. Komm schon, Banana. Nein. Oh nein, war das mies. Oh nein. Oh nein. Kannst du doch keinem erzählen, was ich da gemacht hab. Ich kann mich nicht... Alter. Weine nicht, wenn dein Schuss schief. Ja! Oh ja, da kommt der noch zurück. Da? Übertreib halt direkt. Oh, oh. Ja! Telepott. Oh nix. Gar nix. Alter! Was ist denn mit meiner Anstellung los? Guck dir das an. Ja, du hast es gerade nicht anders verdient. Ja, dann warte ich jetzt wieder 30 Sekunden. Wieso? Du kannst doch rausschießen, Mann. Ja. Aber... Aber nicht raus. Das fliegt nicht. Fliegt doch, fahr doch weiter nach rechts. Das geht nicht mehr. Das kann ich weiterfahren. Warum denn nicht? Was machst du immer mit deinen Dingern? Fahr mit doch. Guck mal. Und der fahrt auch... Ah, guck. Hast du da einfach nix gebracht? Ja, ja. Äh. Ja! Gib dir gleich ja. Das ist, ob ich so nicht treffen könnte. Scheiße. Oh, nein. Du bist doch ein Glückspilz, Mann. Und da kommt der letzte. Äh. Hm. Nein. Tschüss. Also, was ist mal damit? Hoffentlich trifft der. Yes. Ja, schön. Aber wie komisch. Ist in der Explosion drin. Also, das ist wichtig, was zählt. Ah, 66 Schaden kann man mal machen, ne? Das Problem ist, nur als nächstes geben wir so ein bisschen die Waffen aus. Naja, es bringt nichts, das hier. Ja, mir geht's doch genauso. Wir haben einfach... Nein, nein, nein. Ja, nein. Nein. Auf unserem Level einfach zu schlechte Waffen. Hier, ich schick den da nochmal vorbei. Wow. Blablabla. Bring. Bring. Ach, komm schon. Er hätte ja ruhig ein zweites Mal treffen können, da zwischen der Bergspalte da. Hm. Was schicke ich dir denn da jetzt? Die, ähm, Trinade explodiert die gleich und lässt die drei durch? Nein, die springt auch erst ein paar Mal, explodiert dann und dann fliegen die drei auch nochmal in so eine Random-Richtung. Also, so richtig geil explodiert die nicht. Oh, Mann. Aber ich glaube, ich kriege das Double-Damage nicht. Ich habe halt nur noch Sachen, die 20 Schaden machen. Da kann man ja nicht mit gewinnen. Ich habe auch keine guten Sachen, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Was heißt, nächste Runde gibt's was, ne? Das da ist aber ziemlich gut. Wow. Das geht durch Berge durch. Weißt du das eigentlich? Ja, jetzt weiß es. Also, ich weiß es ja. Alter, ich darf halt anfangen. Ja, aber du bist geschützt durch das scheiß schwarze Loch da. Wenn ich nicht treffe, ne? Dann mache ich mich selber kaputt. Ja, genau. Da traue ich mich gar nicht, irgendwas zu schießen. Keine Ahnung, was ich machen soll. Ja, alles klar. Das war auch die einzige Waffe, die ich mir habe zugetraut. Nein, ist zu weit, oder? Ja, oh Gott. Wie konnte er? Ja, direkt zweimal auch noch. Basti übertreibt dann wieder. Oh, lieber Ohli. Okay, das war geil. So, ja, okay. Ich war immer gespannt. Nein, ist zu weit. Oder? Nein, es ist... Oh, okay. Alter, okay. Ich dachte einfach nur, die Blume, okay. Ja, das ist die größere Blume, die neue, die man dann freischaltet. Wenn man die oft benutzt, benutzt. Ja. Nein. Ist das die Trinade? Oh, scheiße. Oh, Mann. Die hat aber gut Schaden gemacht. Das war zu viel, Basti. Das war zu viel. Zu viel des Guten. Guck mal, greife ich damit so vielleicht? Ja, das sollte ganz gut sein. Uts. Das Problem ist, dass... Ach so, das ist die Kacke wieder. Fuck, Mann. Oh, nein. Das ist genau meine Flugbahn auch noch. Das scheiß Ding da. Was mache ich denn jetzt? Wie viel Kacke hast du denn noch? Hm. Du musst doch eben ein bisschen schräger machen. Oh. Trifft er? Ja. Alter. Nein. Er hat er noch zweimal treffen können. Ähm. Oh, ich hasse den Wohl. Schade. Weil der Wohl nicht wegmachen können. Hätte der ein bisschen besser getroffen, wäre es vorbeigewiesen. Nein, was mache ich denn da? Bitte triff irgendwas. Nein, ey. Oh, so knapp. Aber wie, ey. Hätte der Wurm besser getroffen, war es hier, hättest du gewonnen. Auf jeden Fall. Ja. Aber ich würde sagen, das war es, ne? Ja. Das waren zwei schöne Kämpfe. Kann man Panzer wieder upgraden. Von daher, Leute, wenn es euch gefallen hat, macht es gut. Bis dann. Und bleib schön feurig. Ciao. Ciao. Und da, Leute. Vielen Dank.